Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers mit Mods und heute sehen wir diesen X-Paar-Reaktor. Das ist ein Reaktor, also eine Mod, wie gesagt, ein Reaktor hat der Herr CP gebaut, gebastelt und was wollte ich dazu sagen? Heavy wäre so gut, das ist ein sehr schwerer Reaktor wahrscheinlich. Achso, nee, der hat den quasi einen großen Reaktor, hat er jetzt einen großen Reaktor einfach nur, er hat es schön gemacht oder so. Mal gucken, gibt es hier nur etwas klein irgendwie, irgendwo, irgendwo, irgendwie, weil das ist ja hier. Das ist ja auch irgendwie das kleine, Moment. Ha, guck, sagma mal, gibt es sogar ein kleines Ding hier. Ähm, sieht eigentlich genauso aus. Na, ja. Das, da sieht ihr das Teil in groß und ich glaube, wann man das mal... Achso, Überlebensmodus ready ist das Teil, also man kann das ja auch zusammenbauen, wenn man möchte. Also aus den Teilen hier, Moment, ja. Ne? Ähm, mal heavy, 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 heavy. Stahlplatten. 600 Stahlplatten beim großen Schiff. Ach du Scheiße. Das ist schon eine Menge. Das ist eine Menge. Hm. Was können wir jetzt über diesen Reaktor uns sagen? Wollen wir jetzt einfach mal, ich dämmen mal einen großen daneben hin. Und einen kleinen. Also hier, das ist der Kleine. Und das ist der Gras. Der Große heißt... Drei... Hm. Ähm. Ist der Name halt weg. Verdammt. Okay. Ich schicke mal Licht. Kommen wir doch besser. Okay, wir haben den kleinen Reaktor. Der hat irgendwie die Abgabe von 5 Megawatt. Theoretisch maximal. Wo sind die großen? Ähm. Hier. Der hat 100 Megawatt. Und jetzt dieses X-Wettge-Reaktor. 75. Hat er ja glaube ich schon geschrieben. Hm. 75 Megawatt. Theoretisch ist das so eine kleine Zwischenlösung. Aber wenn ich mir das so anschaue, ne? Der linke Verbrauch hat 25.25 mehr Megawatt. Ähm. Äh. Schafft er als der. Ist das Ding was größeres. Das Ding ist natürlich auch viel flacher, ne? Also. Oder obwohl das vielleicht sogar genauso hoch, oder? Naja. Nicht ganz. Ähm. Im Anbetracht ist denkt, dass das Teil hier nur... relativ dünn ist. Ähm. Kann man das schon sehen, dass es besser ist. Vielleicht. Wenn man jetzt alles insgesamt ausmisst und so. Hm. Hm. Naja. Naja. Äh. Übrigens die Dategröße ist 1.6 in B. Und... Ja. Ich sag einfach mal... Ich... 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 Tschö... Ich... 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 Wolf... пери- metalsens Transport sie. Und dann Mosklusiv muss ich klatschen. Ich meine mal... Wolken seversten. Und wir gucken mal. nö hm, nö, gut ok bis zu wegen nächsten Folge, ne, also tschüss